Julien, Julien, Julien auf Heidli. Ja, ja, ja. Grüß euch Leute und damit herzlich willkommen zu unserem Best of Oberammergau. Und wenn drei Jungs schon mal mit dem falschen Gang in die Line starten, kann das ja schon mal was werden. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war mal die Flowline. Jetzt kommt noch der unterte Teil von dem kleinen Hobbit, der Jumpline und dem Würzelsapp. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Das kleine Auto klingt so süß, deswegen nacht ich auch. Das war's. Das war's. Das sah ganz schön krass aus. Ich dachte, ihr wäre Cousins. Was? Ich dachte, ihr wäre Cousins. Hast du dir? Cousins. Ja. 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 Jumpline. Ja. 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 Was soll ich? viel Spaß die gehen ja voll gut ein bisschen zu schnell völlig geil, muss ja auch mal der ist an sehr günstig nicht so schnell die Bürger das war's dann mit unserem zusammenschnitt hoffe euch gefällt es wenn ja lasst uns gerne einen positiven kommentar oder eine bewertung da dann sag ich mal danke fürs anschauen und haut rein jungs und mädels das 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 Vielen Dank.